Ja, das war's mit mir. Nein, kommst du jetzt vor. Oh mein Gott. Bist du am Spawn? Ja, ich bin tot. Scheiße. Ich war beim Fluss da. Da muss man so viel hochlaufen. Da ist so ein Wasserfall runter. Ich komme zu euch. Ach man. Leute, seid ihr am Spawn. Ich komme. Ja. So, ich starte jetzt mein Minecraft 1.8. Ich kassiere jetzt einfach wetten. Was haben wir für Kids? Ne Angel. Muss los. Geh gut. Ich kann überhaupt nicht mehr lange. Bruder. Okay. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gecallt. Warte, wir haben's gleich, okay? Wir beruhigen uns mal. Guter Spieler bin ich, by the way, ne? Ich hab's gesagt. Und hinmalerwinteren. Musst ja, ich färd da. Junge, zwei Herzen, ihr seht ihr, ich bin bad. Angel kann ich nicht spielen. Low ground feels bad. Ja, shit. Ich habe keine Chance. Bitte nicht hochladen. Warte mal, Arianna wartet auf mich, oder? Wir haben jetzt nicht gewartet, hätte ich gesagt, Rematch, sub. Und weißt du, Sada, schau mal, weißt du, wie traurig ich jetzt bin, dass Leute mich beschuldigen, dass niemand in der 1.14 eine Chance gegen mich hat, wenn ich sogar in der 1.8 nicht mal eine Chance habe? So, die Leute sagen halt so, ja, Waro gewinnen, Alter, ich bin mittlerweile auch ein Rentner. Was soll ich machen? Ich bin Rentner, Jungs. Alles klar. Hat gerade irgendwer zugeschaut, oder? Hast du gewonnen? Nee. Ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Aber, ist das denn gut im PvP? Ich habe gerade in Best of 5 3-0 verloren. Wirklich? Ja. Oh, Mann. So krass. Das ist lost weniger, also das will ich anders lossen. Das ist ganz freundlich, aber schon im Fall. I don't like to fake it